Musik Willkommen pünktlich um Mitternacht, liebe Zuschauer. Das Teilnehmerfeld hier beim Damen Masters hat sich bereits selbst halbiert. Die ersten acht Spielerinnen wurden schon nach Hause geschickt. Denn heute beginnt hier im Madison Square Garden das Viertelfinale. Auch Steffi Graf wird im Laufe der Nacht zur Arbeit erscheinen. Ihr Spiel ist das dritte in der Reihenfolge dieser Nacht, wobei wir auch schon bei unserem Programm wären. Beginnen werden wir in wenigen Minuten mit dem Doppel von Larissa Nieland-Jana Novotna gegen Arantxa Sanchez-Vicario und Helena Sukhova. Das kann ich Ihnen besonders anempfehlen, denn das ist die Finalpaarung des Vorjahres. Damals haben Sanchez-Vicario und Sukhova gewonnen hier in New York. Das zweite Spiel ist das erste Viertelfinale des Damen Masters und zwar Mary Pierce gegen Martina Navratilova. Das dritte Spiel, wie gesagt, wir haben also kalkuliert, vielleicht gegen halb drei ihrer Zeit in Deutschland. Steffi Graf gegen Amanda Kutzer aus Südafrika. Da heißt es also wach bleiben und dranbleiben. So, da aber doch noch etwas Zeit ist und die Spielerinnen noch nicht auf dem Platz sind und da wir uns in dieser aufregenden Stadt nicht ausschließlich für den Tennisplatz interessieren und weil Ihnen höchstwahrscheinlich der Name Isaac Mizrahi genauso wenig sagt wie mir, wollen wir genau das jetzt ändern. Wir sind wieder in New York, liebe Zuschauer, wo es gleich weitergeht mit den Viertelfinals und bevor es Steffi Graf mit Amanda Kutzer zu tun bekommt, stehen sich hier Mary Pierce und Martina Navratilova gegenüber. Und weil Mary Pierce die etwas Unbekanntere von den beiden ist, wollen wir sie mit ihr etwas bekannter machen. Zu diesem Zweck haben wir ihr ein paar Fragen gestellt, die sie uns freundlicherweise auch beantwortet hat. Zu Beginn des Jahres wollte ich nur mein Spiel stark verbessern, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zum Jahresende hier in New York bei den Meisterschaften mitzuspielen. Ich bin sehr froh, hier dabei zu sein. Schätzungsweise alles, was ich in diesem Jahr erlebt habe, auch wenn die Öffentlichkeit es als negativ wahrgenommen hat. Ich habe es als positiv empfunden, weil mir das alles geholfen hat, immer das Gute in allem zu suchen. Naja, und dann natürlich mein Sieg in Filderstadt dieses Jahr, der jetzt zum Jahresende wie gerufen kam. An eine Teilnahme hier war nämlich gar nicht zu denken, aber jetzt, wo ich gut gespielt habe und die ganze Wart so viel gemacht habe. Ich glaube ganz allgemein, jedes enge Match mit einer Top-Spielerin, das ich dann doch verloren habe. Das war sehr hart für mich, weil ich so viel durchgemacht habe und so viel Stress hatte. Deshalb war es für mich so schwer, die ganze Zeit auf dem Platz konzentriert zu bleiben. Ich glaube, ich war in Italien und hörte darüber. Mein Bruder erzählte mir, er hätte es im Fernsehen gesehen. Ich dachte, er machte einen Scherz und war sehr schockiert. Später habe ich es dann selbst gesehen. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. So schockiert war ich und konnte nicht glauben, dass so etwas passieren würde. Das war furchtbar. Ich weiß bestimmt, dass alle Spielerinnen sie vermisst haben. Es ist schon ein Unterschied, wenn Monika im Turnier steht, auch für das Publikum und die Zuschauer, die sie gerne spielen sehen. Was ihr geschehen ist, ist furchtbar. Ich hoffe, dass sie in Ordnung ist und glaube, sie wird im nächsten Jahr wieder dabei sein. So, Navratilova gegen Piers, das ist auf dem Papier eine klare Sache. Auf dem Tennisplatz sieht das ja manchmal etwas anders aus. Tom Geier, unser Kollege, hat hier auf den Gängen im Madison Square Garden sich mal erkundigt, wie denn die Sympathien der Leute verteilt sind. Und interessant dabei ist, finde ich, wie schlecht vorbereitet manche doch zum Tennis gehen. Oh, ich weiß gar nicht, wer spielt. Wer spielt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer spielt. Wer spielt eigentlich im ersten Einzelnen? Navratilova gegen Piers. Navratilova. Ich weiß nicht genau, aber ich stimme mal für Piers als Nichtgesetze spiele. Das ist eine schwere Frage. Tschechische Herkunft und amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich würde sagen, Martina, weil ich sie ein paar Mal gesehen habe. Es wäre doch schön, wenn sie im großen Stil abtreten könnte. Ja, das stimmt. Ich möchte sie auch weiter sehen. Normalerweise bin ich eher für die Außenseiter. Das ist aber schwer. Ich möchte Martina als Siegerin sehen. Ich bin für Martina. Between Navratilova and Piers, Navratilova. Warum? Weil Piers meine Sabatini geschlagen hat. Piers. Warum? Ich weiß nicht, ich habe einfach mal einen Namen genannt. Wir sind alle für Navratilova. Warum nicht für Piers? Weil sie sich doch von ihrem Vater getrennt hat, sollten wir mal eine Pause gönnen. Außerdem ist die immer so cool. Und für Navratilova ist es schätzungsweise das letzte Jahr. Da muss man noch ein bisschen mitfühlen. Und überhaupt ist die Martina so etwas in meinem Alter. Auch die Älteren sollten meine Chance haben. Und Piers hat noch so viel Zeit, kann noch so viel gewinnen. Los geht's. Bis hier unten ins Studio haben wir gehört, mit welchem Beifall Martina Navratilova eben empfangen worden ist. Unser Vorab-Applaus gilt unserem Reporter Jochen Grußendorf. Tennis wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Ja, so viel Beifall ist auch recht und billig, Peter. Hier gab es wieder eine Standing Ovation für Martina Navratilova, wie wohl bei jedem Match, das sie nun hier im Madison Square Garden auszutragen hat. Und Mary Pierce serviert. Wir sind gerade rechtzeitig hier eingetroffen. Stuhlschiedsrichterin ist übrigens Fran McDowell. Ein einziges Mal haben bisher Martina Navratilova und Mary Pierce in einem Turnier gegeneinander gespielt. Das liegt schon zwei Jährchen zurück. Es war in Kalifornien, damals gewann Navratilova 6 zu 2. 6 zu 2. Aber das ist, wie gesagt, von zwei Jahren her. Damals war Mary Pierce erst 16 und nahm immerhin der großen alten Dame im Tennis-Sport zweimal den Aufschlag ab. 56 Minuten dauerte damals das Spiel genauso viel übrigens genauso lange wie die bisher letzte Begegnung zwischen Steffi Graf und Amanda Kutzer vor einer Woche in Philadelphia. Graf Kutzer das nächste Spiel hier auf dem Court im Madison Square Garden. Da starte Martina Navratilova lange auf diesem Ball. ihre Betreuer übrigens hier im Bild, Billie Jean King und Coach Craig Curden. Yannick Pierce rechts. Links der Coach, Nick Politieri. Und das erste Auftragsspiel geht sauber und solide an die 18-Jährige aus Frankreich. Hat sich ja gegen Gabriela Sabatini in der ersten Runde hier durchgesetzt. Zur Überraschung doch einiger. Hat sich damit als die beste, bisher beste Return-Spielerin dieses Turniers erwiesen. Wobei das allerdings nicht so viel heißen mag, denn Martina Navratilova serviert doch etwas härter, ein klein bisschen härter als die Argentinierin. Nick Politiker. Herr Friedrich. Vielen Dank. Vielen Dank. Hält die 37-jährige Weltranglisten Dritte ihr Aufschlagspiel. Mary Pears hat sich übrigens in der Pressekonferenz nach ihrem Sieg über Sabatini doch recht positiv über Navratilova geäußert. Und meinte ja, sie freue sich richtig auf das Spiel hier gegen die Dame. Servant Volley, das gebe ihr doch Platz für Passierschläge. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. Ich glaube, Mary Pears hat da durchaus einen Punkt. Und der Partei, weil das Ball war ziemlich lang, vielleicht zu lang. Da meldet sich der Herr an der Grundlinie der Französin. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. 40 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. Doppelfeder Nummer eins. Wenn auch viele wohl nicht wissen, wir haben es in der Umfrage von Tom Geier gehört, wer heute spielt, so ist doch eine ganze Menge Leute inzwischen hier im Madison Square Garden. Ich würde mal sagen, inzwischen sind es gut und gerne 17.000, 18.000. Und der Leben, meine Mary Pierce, die mit etwas Mühe, aber doch ihr Aufklagsspiel hält, 2 zu 1 im ersten Satz. Martina Navatilova hat ja ihren Rücktritt für das Jahresende 94 angekündigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass von jetzt an jeder ihrer Auftritte, jedes Spiel, zumindest in den Vereinigten Staaten, einem Triumphzug gleichen wird. Und dass die Fans doch sehr eindeutig auf ihrer Seite sein werden, das musste zuletzt in der ersten Runde die Französin Nathalie Tosia erleben. Ein guter Return von Mary Pierce, die auch auf den zweiten Ball Navatilova seine Antwort wusste. Zum ersten Mal ein wenig Navatilova's Aufschlag gefährdet. Drei Breakchancen für die 18-Jährige nach elf Minuten. Doppelfehler. Das sieht man bei Martina Navatilova doch selten, dass sie in solchen entscheidenden Punkten oder wichtigen Punkten, muss man abzuschwächen, in einer Entscheidung sind wir doch noch weit entfernt, ein Doppelfehler begeht. Also ein frühes Break für die Jugend. Applaus 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 Das war schon mal ein Big Point, ziemlich früh in diesem Match. Herr Vratilova war froh der Chance, sich einen Breakball zu erspielen. Die 37-Jährige macht momentan noch eine ganze Reihe für Sie uncharakteristischer Fehler. Und Mary Pierce zieht auf 4 zu 1 davon. Die große Frage ist, erleben wir bei diesem Turnier den großen Durchbruch der 18-jährigen Französin. Seit einigen Monaten wird Mary Pierce ja bereits als kommende Macht im Damen-Tennis gehandelt. Ihre Vorhand gehört zu den härtesten im Tennis-Zirkus. Und Steffi Graf hat dem Vernehmen nach Respekt vor diesem Schlag. Nur hat Mary Pierce bisher diese ganzen Vorfußlorbeeren noch nicht allzu häufig in große Erfolge ummünzen können. Sie hat es im Interview erzählt. Sie hat in diesem Herbst immerhin das Turnier in Filderstadt gewonnen. Mit klaren Siegen über Garrison, Jackson und Zvereva. Und sie hat in der ersten Runde hier im Madison Square Garden zum ersten Mal eine Top-10-Spielerin geschlagen. Gabriela Sabatini. Nicht ganz auf der Höhe die Argentinierin, aber immerhin. Der größte Erfolg ihrer Karriere bisher also liegt hinter ihr. Vielleicht ein Sieg gegen Navratilova würde dem noch eins draufsetzen. Aber da hat die 37-Jährige sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Normal sieht man sie anfangs ziemlich konzentriert und stürmisch angreifen. Und genau das ist im Moment nicht zu sehen. Martina Navratilova wirkt zaghaft für ihre Verhältnisse. Langsam geht sie ans Netz und erlaubt Piers erneut auf 30 zu 0 davon zu ziehen. Zwei Doppelfehler in den ersten 18 Minuten und zwei in relativ kritischen Situationen. Das ist meine Brakechancen für Piers. Ja, Mary Piers mit einem dieser Returns, die ich schon angestellt habe. Sie haben auch Gabriela Sabatini Probleme bereitet. Und das zweite Break, der erste Satz im Moment, wird ganz klar von der 18-Jährigen bestimmt 5 zu 1. Einen Punkt. Entschuldigung. Vielen Dank. 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 And done. Und das war kein Sicherheitsaufschlag, 50-50 Stundenkilometer, und das war, Es ist auch ein Nervenspiel. Ich glaube, Mary Pierce ist genauso überrascht wie alle hier Anwesenden, dass sie den ersten Satz so deutlich gewonnen hat. Und dann noch gleich wieder drei Breakchancen. Und da wird die 18-Jährige doch tatsächlich von der Grundlinie aus ausgespielt. Alle Achtung, Martina Navatilava. Das war ein ausgezeichnet, platzierter zweiter Aufschlag mit viel Risiko gespielt. Der Lohn für Navatilava ist die 1 zu 0 Führung im zweiten Satz. Wie sich auch immer dieses Match entwickeln wird, wir werden hier ein faszinierendes Spiel erleben. Entweder ein Triumph der Jugend über die 37-Jährige Martina Navatilava oder ein Comeback, das sich gewaschen hat. Das war's. 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 Und wieder will es Meritius nicht wahrhaben, dass das ein Ass war, nämlich Ass Nummer 4 für Navratilova. Die führt nun mit 2 zu 1 im zweiten Satz. 2 Mal hat Martina Navratilova nun in diesem zweiten Satz ja auch Platzspiel durchgebracht und zumindest hat sie ihre Fehlerquote doch drastisch reduzieren können im Vergleich zum ersten Durchgang. Die große Frage ist nun, kann sie auch den Aufschlag von Mary Pearce in Gefahr bringen? Ich glaube, das wird allein den Weg der Nerven zu schaffen sein. Ich glaube, in diesem Spiel, das wage ich mal vorher zu sagen, noch eine große Rolle spielen werden. 15 Minuten. Applaus Mit Applaus für seinen Schützling, der die zu kurz geratenen Grundlinenschläge, in diesem Fall Navratilova, ausnutzt, bestraft. Wow! Ich habe nicht ganz genau mitgezählt, aber es war auf jeden Fall eins der ersten Male, dass Navratilova mit dem Return direkt punkten konnte. Erst wenn ihr das mehrfach gelingt, kann sie Peers wirklich gefährden. Ja, das macht die 37-Jährige ganz geschickt, geht diesmal nach dem Return direkt ans Netz. Was Peers nicht direkt erwarten konnte, nach den letzten paar Minuten. Wahnsinn! Vielen Dank. Wow! Der Auflag war eine Einladung zum Konter für Navratilova. Der Auflag war eine Einladung für Navratilova. Der Auflag war eine Einladung für Navratilova. Navratilova wittert ihre Chance. Kommt nach dem Return ans Netz. Und das ist die erste, die allererste. Weg Chance für Martina Navratilova. Quier, bitte. Namatilova nutzt die Chance, es gegenüber dem ersten Satz nicht wieder zu erkennen. Und jetzt werden wir mal sehen, aus welchem Holz Mary Pearce tatsächlich geschnitzt ist. Im ersten Satz profitierte sie von den Fehlern Namatilovas. Nun sieht sie sich einer Spielerin gegenüber, die, wenn ich volle 100% spiele, dann sieht sie doch weitaus besser ihr Potenzial ausnutzt als im ersten Durchgang. Pass Nummer 5. Oh ja, das ist ein Duell nun. Dass hier die Zuschauer möglicherweise noch begeistern wird. Passierschläge gegen eine der besten Volley-Spielerinnen am Netz. Sieht fast so aus, als ob Mary Pearce. Und ein bisschen Probleme mit Kontaktlänzen hat. Und damit wären die Asse von Namatilova vielleicht auch, sich eine etwas verlangsamte Reaktionszeit der Französin zu erklären. Den Ball hat sie jedenfalls früh genug gesehen. zieht mit ihrer gefürchteten Vorhand voll durch. Und Sirven Volley dominiert in diesem zweiten Satz. Martina Navatilova zieht auf 4 zu 1 davon. 4 zu 1 führt Martina Navatilova im zweiten Satz gegen Mary Pearce, nachdem sie den ersten sensationell klar mit 1 zu 6 abgegeben hat. So schnell, wie es zunächst ausgesehen hat, will sich die elf angesten Dritte dann doch nicht hier im Madison Square Garden verabschieden. Und sie zeigt ja einmal mehr, wie gut sie doch auch von der Grundlinie. zu spielen vermag, auch weitaus besser als ich ihr zugetraut hatte gegen Mary Pearce. 15 Minuten. 3. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. war beinahe dran aber beinahe zählt am ende doch nicht zu gut platziert war der passierschlag und da wird der alte fuchs noch da soll man ein fuchschen sagen an der nase herumgeführt äußerst gut platzierter und geschickt eingesetzter stopp was dort geschlagenen rückhand passierschläge von mary pierce geben navratilova doch einige rätsel auf sind zu wuchtig zumeist aber 37 jährige wird immer noch 4 zu 2 was nummer sieben so langsam hat sie ihren aufschlagrhythmus zumindest gefunden und auch das ein krasser ein entscheidender gegensatz zum ersten durchgang das ist die 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 Jeder Punkt wird nun gleich einem Siegeszug bejubelt. Jetzt steht 5 zu 2 die Führung im zweiten Satz für Martina Navotilova. Die Kollegen und ich sind gerade übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass wir hier das beste Turnier, das beste Spiel dieses Turniers erleben. Mary Pierce serviert beim Stand von 2 zu 5 im zweiten Satz. Weiblees. Applaus 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 netz und der lob war wirklich nur ein löppchen das war anders gesehen das heißt etwa acht bis 10.000 zuschauer hier auch aber ich glaube die sympathien mit der 37 jährigen doch ein bisschen dieses urteil mitbestimmt der wahl war vorne im haus kreis 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 Harry Pearce muss sich erst noch an eine typische New Yorker Atmosphäre gewöhnen. Es ist wieder der diagonal geschlagene Rückhandball, der an Lavatilova vorbeizischt. Das war's für Sieg. Das war's für Sieg. Applaus Oh, 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 oh. dieses aufgackspiel hat sie gerade noch so nach hause gebracht aber nun der wird martina nawatilova unter den anfeuerungsrufen der fans zum gewinnen des zweiten satzes ähnlich wie im ersten satz kann mary pierce hier den zweiten aufschlag nawatilovas nutzen um sich einen vorteil zu verschaffen und erneut kommt der erste nicht zwei krafte zweite aufläge und zwei selbstbewusst vorgetragen returns 0 30 der ball wird gut gegeben auch wenn der martina war diese worte nicht ganz glauben will aber die dame zuschauern sie hat ihn genauso gesehen wie ihre tochter mary zwei break chancen für mary pierce das war vielleicht etwas überhastet so kann sie mit dem zweiten aufschlag von nawatilova umgehen aber nicht mit dem ersten zumindest nicht jedes mal da zeigt sich doch die nervenstärke einer altmeisterin im entscheidenden moment bei zwei break punkten gegen sie kommt der erste aufschlag wie gerufen und wie schnell sich das blatt wenden kann satzball für navatilova aufschlag als fehler gesehen aber das ist der zweite satz der mary pierce eine stunde und drei minuten sind gespielt ich glaube entsteht eine faszinierende auseinandersetzung im dritten durchgang bevor nach setzten ausgeglichen 6 zu 1 für pierce im ersten 6 zu 3 für nawatilova im zweiten der dritte durchgang muss nun die entscheidung bringen wer hier als erste spielerin ins halbfinale beim damen masters in new york einziehen wird es ist ein neues gesicht oder ein altbekanntes 18 länze oder 37 18 länze oder 37 18 Edition 18 19 20 20 20 21 1920 21 21 22 22 22 22 Untertitelung des ZDF, 2020 Was allein doch schon der Anblick einer heranstürmenden Navratilova ans Netz ausmacht. Manchmal reicht das schon allein, um eine Gegnerin in Panik zu versetzen. Vielen Dank. Die Konzentration ist angesagt. Ganz wichtige Phase in diesem Match. Der Ball war äußerst knapp. Wird gut gegeben. Die Konzentration ist angesagt. Die Konzentration ist angesagt. Leider nur zu 95 Prozent. Perfekt. Dieser Schlag von Navratilova. 1 zu 0 die Führung im dritten Satz für Mary Pierce. 1 zu 0 die Führung für Mary Pierce. Jedes Aufklatsspiel für die 18-jährige Französin wird nun eine nervenaufreibende Sache. Aber auch die Belastung auf Navratilova ist zweifellos nicht ohne. Die Konzentration ist angesagt. Zum wiederholten Mal. Gebt Martina Navratilova bei eigenem Service die ersten beiden Punkte ab und muss wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Einfach klasse Navratilova am Netz, diese Reaktion. Ich glaube, in solchen Situationen ist die 37er-Jährige doch deutlich die überlegene Spielerin. Diesmal geht der diagonal geschlagene Ball wenige Zentimeter ins Aus. Gebt Martina Navratilova bei eigenem Service. Gebt Martina Navratilova bei eigenem Service. As Nummer 9 für Navratilova Einmal mehr aus einer riskanten Situation befreit. Andersherum gesagt, muss Mary Pearce auch die sich bietenden Chancen langsam nutzen, denn sie kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass Navratilova die Sache kampflos abgeben wird oder selber genügend Fehler machen wird. Applaus 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 Zwischendurch bekommt man das Gefühl, dass Mary Pearce dieses Match sogar Spaß macht. Applaus 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 Er ist ganz routiniert weit herausgedrängt und der Platz ist dann offen für den Volley nach Navratilova's. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob Navratilova ihre Breakchancen nutzen kann. Applaus 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 die es macht den punkt obwohl ihren schlägen in rückhandschlägen anlänge fehlte nach hat er hatte durchaus die chance das auch klagspiele zu gewinnen da ist der fehler das erste break vielleicht vorentscheid im zweiten satz navratilova geht mit 2 zu 1 in front eine kleine vorentscheidung ist gefallen ein break und hier sehen wir die reaktion von mary pierce vor einigen augenblicken sie steht schon wieder auf dem platz da sind die livebilder in einem duell bei dem sicherlich noch nicht das letzte wort die 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 Kaffee. Und einmal mehr ist es der zweite Aufklagner, der sich als Einladung erweist für einen Rückhandreturn zum 30-0-4. Wieder kommt der erste Aufklagner nicht. Das war die Chance. Das ist die Riesengelegenheit zum Re-Break. Eine bessere bekommt Mary Pearson in diesem Spiel wohl nicht mehr. Zweiter Aufklag. Und Mary Pearson nutzte ihn zu einem emphatisch herausgespielten Re-Break. Und wer bisher daran gezweifelt hat, dass diese 18-Jährige es zeugt hat, nervlich mit der 37-Jährigen Navratilova mitzuhalten, der muss sich nun eines Besseren belehren lassen. Der Spiel völlig ausgeglichen. Zwei Beide. Gegen den Lauf gespielt. Auch dazu bedarf es guter Nerven. Und einer gehörigen Portion Übersicht. Beide. Applaus Pirates Why the way's Mary Pearce ist wieder da. Nach dem 1 zu 2 Rückstand geht sie nun mit 3 zu 2 Führung in diesen Seitennetze. Ich will ganz ehrlich sein, nach dem Sieg von Mary Pearce gegen Gabriela Sabatini haben hier einige unter uns Journalisten etwas enttäuscht, weil sie sich doch um eine sehr reizvolle Partie Sabatini gegen Navratilova gebracht fühlten. Aber nun demonstriert Mary Pearce, dass sie mehr ist als ein vollwertiger Ersatz für die Argentinierin. Ich glaube nicht, dass Sabatini uns eine derartige Partie hätte liefern können. Bei einigen Leuten dauert es noch etwas länger, bis sie sitzen. Aber man kann Navratilova servieren. Der Return fiel vor die Füße, ganz flach. Die Füße Navratilovas, sodass sie nur sehr, sehr wenig damit anfangen konnte. Die Füße Navratilova servieren. Vielen Dank. Und das erhöht natürlich wieder den Druck auf den ersten Service der 37-Jährigen. Erneut zu lang. 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 Applaus Klasse Beifall aus beiden Lagern Für diese Aktion Martina Navratilovas Applaus Wie es geht Longline Aber durchaus erreichbar Für ihre Gegner Ein sehr zögerlicher Auflag Ein erstes Service Nur 71 Meilen Etwa 118 Stundenkilometer Applaus Ja im Moment In dieser Phase Scheinen doch etwas die Nerven Die Oberhand zu gewinnen Bei beiden Damen Ein völlig unnötiger Fehler Die Breakchance Für Neapartilova Die Oberhand auch dieser einsatz kann nicht verhindern dass mary pierce zum ersten mal in diesem match ein breakball abwert der angriff zum netz war überzeugend vorbereitet von navratilova aber die antwort von ps noch besser entscheidung kam wieder mal sehr sehr spät aber die wenige zentimeter ist doch waren ein so kurzer wahl von mary pierce erlaubte die attacke von navratilova die sich am netz diesmal durchsetzt gleich schon nr 2 Zwei. 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 der ball ist immer aus und erreicht zum zweiten mal in diesem dritten durchgang ein break und geht mit 4 zu 3 die belastung für die 18 jährige doch zu groß wieder ein Knallharter Return und der Lob, der Narotidlova keine Chance lässt. Ich glaube, in diesem Fall hätte Mary Pierce Longline spielen sollen. Die Seite war offen, aber das sagt sich ja so leicht. Narotidlovas Athletik ist erstaunlich. Sie sagt selbst von sich, sie fühlt sich der besten körperlichen Verfassung, die sie sich vorstellen kann, ohne Abstriche. Sie sagt selbst von der Sieg. Sie sagt, es ist kein Schmerz. Sie sagt, es ist ein Schmerz. Der Ball ist gut. Navatilova geht jetzt auch wieder nach einem zweiten Aufschlag ans Netz. Das hat sie während des zweiten Satzes weitestgehend bleiben lassen. Und wieder ein zweiter Aufschlag. Ja, das war wieder eine Einladung. Der Spin ließ den Ball doch sehr hoch aufspringen und die Breakchance. Für Mary Pierce. Da ist sie. Mit etwas Glück. Aber ich will die Leistung von Pierce keinesfalls schmälern. Vielleicht die Französin zum 4 zu 4 aus. Navatilova will es nicht fassen. Und ich frage einmal die Vorhersage, wer das nächste Spiel gewinnt. Bei Aufschlag Pierce, wer das nächste Spiel gewinnt, wird auch dieses Match für sich entscheiden. Auf der Linie dieser Ball. Auf der Linie dieser Ball. Die Ball ist gut. Was auch Martina Navatilova momentan über das Netz bringt. An Schlägen, an Herausforderungen. Mary Pierce. Das Members gibt alles zurück. Nein. Die Ball ist. Nein. Die Passierschläge sitzen. Klinischer Genauigkeit. Drei Spielbälle zum 5 zu 4. Da versucht es die Französin mal mit einem Servant Volley. Immerhin lobenswert. Die Initiative auf der Gedanke das Spiel zu variieren. Das zeigt auch ihre Grenzen momentan. Aber dann ist sie ja erst 18. Beide Spielerinnen sind sich der Bedeutung dieses Spiels, auch dieses nächsten Punktes, voll und ganz bewusst. Das war's für heute. So wenige Zentimeter fehlten Martina Namatilova zum Einstand. Mary Pierce wird mit 5 zu 4 im entscheidenden Satz in Front. Eine Stunde und 49 Minuten sind gespielt. Martina Namatilova serviert beim Stand von 4 zu 5 im entscheidenden dritten Satz. Pünktlich zu dieser Krisensituation kommt der erste Auflag. Oh, da lacht nochmal Mary Pierce, erleichtert er auch, denn da hatte Martina Namatilova etwas Glück, dass das eine Netzberührung war beim Auflag. Das Netz ist momentan auf der Seite der Jugend. Und bereits zum zweiten Mal innerhalb von 10, 15 Minuten erlebt Martina Namatilova, ein Netzroller, der sie entscheidend benachteiligt. Was für ein Return. So heftig, dass sie eine Seite zum Opfer 4. Mary Pierce ist vom Sieg, zwei Punkte entfernt. Mary Pierce ist vom Sieg, zwei Punkte entfernt. das war ein zweiter auflag mit viel risiko aber das war auch nötig der ball war im aus die möglichkeit zum ausgleich ein klasse return von mary pierce auf diesen ersten aufklag hin immer wieder übrigens schaut mary in richtung mutter in richtung coach bei 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 Ersten Satz seit den zwei Doppelfehlern. Dort hat Martina Naratilova zehn Asse geschlagen, aber keinen weiteren Knitzer sich erlaubt. Bis zu diesem Augenblick, der nun Mary Pierce nach einer Stunde und 54 Minuten Matchball ermöglicht. Die 18-Jährige nach dem Sieg über Sabaccini zu einem neuen Höhepunkt ihrer Karriere. Zu offensiv war sie da. Aber auch das ist schön anzusehen. Eine Spielerin, die ihre Chancen nutzen will, die nicht versteckt oder zögert. Und wieder ein harter Return nach einem zu schwachen zweiten Aufschlag der Weltlangisten dritten. Und das bedeutet Matchball Nummero zwei. Und diesmal ist der Wahl im Feld. Nach genau einer Stunde und 56 Minuten setzt sich der Höhepflug von Mary Pierce fort. Erleben wir in dieser Woche ihren großen Durchbruch hier bei der Virginia Slims Championship. Nutzt Mary Pierce bei diesem Turnier gerade bei diesem Turnier zum ersten Mal das zweifellos vorhandene große Potenzial aus. Sie zieht jedenfalls als erste Spielerin ins Halbfinale ein. Martina Navratilova nach einem total verunglückten ersten Satz zeigte wie ein bewundernswertendes Comeback wird hier mit einer Standing Ovation verabschiedet. Und alles was sie im dritten Satz an Breaks und an hervorragenden Schlägen produzierte, war nicht genug, um Pierce am Ende zu stoppen. Der zweite Aufschlag Navratilova war wohl an diesem Tag die Achillesferse der 37-Jährigen. Ihre Saison ist zu Ende, aber immerhin es war ein Jahr mit fünf Turniersiegen insgesamt. Sie brachte es nun auf die einmalige Bilanz auch von 166 Erfolgen. Ja, Mary Pierce wird im Halbfinale mit der Siegerin der morgen stattfindenden Begegnung zwischen Jana Novotna und Arantxa Sanchez Vicario zu tun haben. Sie hat bereits mehr erreicht in diesem Turnier in New York, als sie selbst gehofft hatte. Das war es vom Center Court. Viel Beifall für Mary Pierce, aber sicherlich auch sehr viel Applaus schon im Voraus für Gerd Schepanski, der gleich hierher kommt und natürlich auch für Peter Schlitzer.